hallo ihr habt ein Kükenöl mit recht herzlich willkommen zum rostingkanal zurück zu Scooby Aurora Arcade wir haben ja letztes mal das Tutorial durchgespielt und mal schauen wie es weitergeht vor allem ganz herzlichen dank an unsere unterstützer ohne die es hier gar nicht machen wollen zu realisieren wäre vielen vielen dank dafür ohne euch wäre das alles nicht machbar leute so wir gehen mal hier in unseren control room und wir können jetzt hier rocky point beach magler oder de joe brabus farm wir machen mal hier backplay mapster snack count 100 das hier snack count machen wir das hier ok play oder wir wissen jetzt wie es funktioniert und da müsste es eigentlich gehen oder all righty right oder back oder bamba ham airfield oder smakler swam könnt mal mal wir machen mal ein smakler swam play map wollen all right map willen willane willane was heißt das maps specified willane machen wir mal oder jetzt mal schauen wir mal was ab und zugucken die ja ja ehhhhh ähhhhh ehhhhh why do we always get caught up in these spooky mysteries ein clue was zu gut ist find 3 clues wir brauchen halt wieder Flashlight erst mal anmachen. Erstmal hier ein bisschen Snackys holen. Für unseren Wauzi. Oh, da scheint was zu sein. Oh, wir haben hier eine Falle gestellt sozusagen. Oh, 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 oh. Oh, lau, lau gut, lau gut. Ich liebe dieses Spiel hier. Ich liebe dieses Spiel. Es macht richtig viel Spaß, Leute. Live für die Welt 2. Das war natürlich nichts, ne? Das war natürlich eine Kacke hier. Aaaaaah! Scheiße, what's that? Oh, not good, not good. Wir haben uns hier eine eigene Falle gestellt. Oh, Jesus Christ. Oh, my God. Erstmal nicht, oder? Aber so was, oh, not good. Not good, not good, not good. Er kommt, er kommt. Not good, okay. Das ist alles andere als gut, Leute. Alles andere als gut! Ich weiß jetzt nicht, wo ich da Clues finden soll. This is not fair. Ich renne mal nicht. Ich mache mal ein bisschen langsamer hier. Ja, ich finde es echt cool gemacht. Ah, Mystery. Mystery. Ah, ja, ich komme mal hoch. Das ist das. Was? Das ist zwei. Schlenk mich mal. Kann ich hier was nehmen? Nein, nein, nein. Wir können hier raus. Er ist hier. Haben wir ne paar Arsch hier. Schau, schau, schau. Aber immerhin haben wir einen klug gefunden. Das ist alles andere als... Ich bin erzoffen. Oh no. Mission failed. Rank F. Aber ein nice, oder? Wow. Great, great, great game. Wir machen nochmal Smuggler Swamp. Wir spielen nochmal. Äh, Mapstick für U-Lane. Äh, also, ja. Aber wir wissen ja, als wir es gehen. Alright, alright. Flashlight. Wir haben jetzt hier schon einen Plan. Und wir haben hier einen Klugel. Und wir haben hier einen Klugel. Der ist ja anbeliebbar. Und dann geht man hier um. Oh no! Da ist ja die blöde Hexe! Oh, I'm so silly! Oh, schau da ab. Quiet please, quiet please! Stay cool! Wenn wir ja alles hier absnacken hier. Und dann gehen wir hier hoch. Das war ja total der Fail, oder? Das war ja mehr wie Fail! Das war ja wohl gar nichts. Das war ja wohl gar nichts. Last try. Wenn man seht wieviel Karten es hier gibt. Wow! Da kann man schon einiges spielen hier. Wollte ich jetzt sagen. Was haben wir im Shop? Upgrade! Story Space, Survival Manual, Bits and Pops. Oh! Das wollte ich natürlich nicht. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte ja nur raus aus dem Ding. Äh, hätte auf die Map gehen können, oder? Last try. Last try. Wir machen mal random. Machen mal random. Ja. Vielleicht noch eine andere Map von Smuggler Swamp sehen. Okay, ne? Das Buch gekluckt. Ah, ist immer noch die gleiche, ne? Gut ist das, dass er hier immer weiter zählt. Hier die Snacks, ne? Wir rennen mal nicht und machen mal ein bisschen langsamer hier dafür, ne? Mal ein bisschen langsamer. Oh, na ja, zu rennen. Oh, yes. Oh, nein. Oh, ja, da bist du! Ah, nütz! Oh, ja, da bist du. Ah, nütz! Wirst du weg? Wirst du weg? Wirst du weg? Was für fünf? Was für Kool-Aid... Was für Kool-Aid... Was für Kool-Aid. I have found you! I am going to beat your ass! Holy crap! Nooo! Why? Why? Stand. Da machen wir nix. Mal ganz einer auf ganz entspannt hier. Du willst doch irgendwo noch ein Crew finden, oder? Ah, er macht auf von der anderen Seite. Er hat uns die Tür aufgemacht. Nice, thank you. Er hat uns ja das Türchen aufgemacht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, come change. Das cool ist! Nun muss ich immer noch gucken wie es hat Ich wollte ja wenigstens einen eigenen Clou finden. Damit wir wenigstens ein bisschen was haben, oder? Ich muss mit dem euer Clou noch einmal gehen. Damit wir wenigstens ein bisschen was haben. Tend. Bisschen feilt. Macht auf jeden Fall riesig viel Spaß hier, wenn wir load out. Das macht auf jeden Fall riesig Spaß. Und... Ah, komm ich zurück. Ah, ich komm wieder so zurück. Muss ja nur auf Quid machen, ne? Dieses Scooby Horror Arcade. Ich werd auf jeden Fall weiter. Weil es macht riesig viel Spaß. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Wir bedanken uns für euch für das Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch einschalten wollt. Auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet euch das Video. Schreibt euch in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Falls ihr noch kein Abo habt. Köpfchen drücken. Press that button. Subscribe. Ansonsten genießt das Leben, soweit es nicht möglich ist. Schützt euch bitte. Bleibt alle gesund. Habt euch schön in der Weihnachtszeit. Und bis zum nächsten Mal. Wir sagen schön blöden. Schwinglinge. Rosti. Thank you. Thank you. And good night. Goodbye. Have a wonderful. Stay healthy. Have a wonderful Christmas time. And see you next. Bye Scooby Horror Arcade. Bye bye. Bye.